Und ein guter Start für Benedikt. Benedikt Duda, der sich die ersten beiden Punkte in dieser Partie sichern kann und jetzt zwei eigene Aufstelle hat. Benedikt Duda, der sich die ersten beiden Punkte in dieser Partie sichern kann. Und ein guter Ballwechsel, sehenswert. Glück im Spiel für Benedikt Duda, doch am Ende kann sich Shankun durchsetzen. Er verkürzt auf 7 zu 4. Jetzt die Aufstelle. Sehr gut. Mit Glück sichert er sich seinen zweiten Satz bei der Gewinn. Und 11 zu 6 den ersten Satz in dieser vierten Partie. Sehr guter Rückschlag hier von Shankun. Sehr guter und sehr stark gespielt von Benedikt Duda, der sich von dem Netzroller nicht verunsichern lässt und ausgleichen kann. Und wenn Sie die ersten Satz in dieser Partie. Sehr guter und sehr stark gespielt haben. Sehr guter Rückschlag. Sehr guter. Sehr guter Rückschlag. Jetzt. Bravo. Jetzt. Gute Gelegenheit. Sehr gut. Jetzt der nächste Rückhand gegen Topspin. Damit gleicht der Linkshänder aus, Peck-Neustadt aus zum neuen Punktestand. Und auch der nächste. Sehr stark. Sehr unglücklich. Und er kann den ersten sichern. Daher allzu eins umsetzen. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Vielen Dank. Sehr, sehr, mit sehr viel Gefühl Sehr stark Und auch das Sehr stark, dieses Topspun-Duell endet mit einem Punkt für den Beck-Neustädter, der sehr stark, Benediktuda spielt sich hier in einem Rausch, macht einen guten Punkt nach dem anderen. Chang-Kun lässt hier eine gute Gelegenheit liegen und nutzt den ersten. Das bessere Niveau zeigen kann. Sehr stark. Sehr stark. Werner Duda bleibt ganz cool, blockt hier ein Ball nach dem anderen auf dem Tisch, am Ende sehr gut platziert in die Weite. Diesmal kann sich Sean Kuhn durchsetzen, macht den ersten Punkt in diesem vierten Satz, er verkürzt auf. Guter Ballwechsel, der zweite Punkt für Sean Kuhn in Folge, dieses Spiel ist noch nicht vorbei. Guter Ballwechsel, der zweite Punkt für Sean Kuhn in Folge, das ist noch nicht vorbei. 9 zu 3 Führung jetzt für Benedikt Duda. Benedikt Duda schafft es mit einem gefühlvollen Rückhandtopspin. Er sichert sich den ersten. Und damit ist es vollbracht. Berg Neustadt gewinnt hier 3 zu 1. Gleich übernimmt unser Heimssprecher nochmal. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau. Tschau. Huh? TUNE. TUNE. H activation. There we go.